so meine aktiven spritzer weiter geht's mal wo sind wir das letzte mal stehen geblieben stimmt wir haben mac besiegt und wir schauen mal wie es weiter geht ich bin sehr gespannt freunde okay wir gucken mal ich glaube hier können wir immer noch die gleiche sagen aua diesmal da hat sich nichts verändert der bruder ist immer noch gegen uns was geht hier ab wir haben wieder ein paar points die wir ausgeben können unterwelt renommieren tauscht andenken zwischen unterwelt regionen unterwelt kann man könnte in der truhe halten wir nehmen einfach das hier mal mehr können wir eh nicht machen oder hotman mehr können wir eh nicht machen ah cool jetzt können wir auch mit mac reden der verlochene sohn kommt zurück alle sagen ich hätte die samthandschuhe angefasst keine sorge mac ich bin dann schließlich doch auf schmerzhafte weise nach hause gekommen schau mal ich muss meinen ruf bewahren wenn du noch mal so an mir vorbeikommst wäre es besser du gehst deinen weg bis zum ende jetzt lass mich in ruhe und glaube ja nicht dass du in unserer nächsten begegnen wieder so viel glück haben wirst das heißt wir haben sie besiegt ich bin aber ein bisschen weitergezockt freunde und bin gestorben und bin gestorben ich frage mich ob ich jetzt dann noch mal gegen mehr kämpfen muss wir haben 69 points du erlangst einen kleinen teil deiner herzung in deiner kammer das würde ich noch mal nehmen und ich würde vielleicht sogar noch mal ein bisschen damage nehmen und vielleicht sparen wir mal unsere edelsteine oder kristalle jetzt keine ahnung ok freunde rein da wir gucken mal ob es vielleicht eine neue waffe jetzt mittlerweile gibt ja es gibt eine neue waffe aber wir haben nicht genug keys genau cool die haltbarkeit von gegensteine aus dem brunnen das schauen wird um vier prozent scharmützen erhöht bestehe mit 25 scharmützen um den nächsten rang zu erhalten ausgerüstet geil nehmen wir mit ich würde sagen wir gehen direkt rein wir gehen direkt wieder rein in die in den fight es hat mir das letzte mal unfassbar viel spaß gemacht freunde mal gucken wie es diesmal wird rein da was ist denn das mir ist nun eine himmlische bogenschützen bekannt nun ja eigentlich mehrere wie auch immer im namen von hadels olymp beschämt diese mordschaft an ich habe von dir gehört schau ich bin nicht wie all die anderen auf den olymp die macht der jagd leistet mir ein wenig gesellschaft also vielleicht hilft sie auch dir hoffentlich man was gibt es denn hier dein angriff ist kraftvoller hat einen kritischen schaden deine spezialität ist kraftvoller hat kritischen schaden okay wir machen hier kritischen schaden ich würde jetzt hier erste nehmen ja moin ja du warst ja also okay das war ja nichts wir ballern uns den schlüssel rein baum rein da nice ah stimmt wir müssen wieder auf den boden achten raus hier können wir eigentlich immer noch zweimal springen ja wir können immer noch zweimal springen die fähigkeit bleibt bestehen wir ballern uns den schlüssel und gehen den weg das waren beide ja eh die gleichen kugeln von daher okay wir müssen auf alles achten nein aha toten köpfe toten köpfe moin ja der rückstoß schaden hat ja nicht so gemundete so nice vater wird ein paar münzen nicht vermissen wir nehmen noch einen schlüssel wir brauchen acht stück waren es ja acht ich möchte die neue waffe hier mal ausprobieren was ist denn das schön ist auf dem boden gegner in der nähe ach so okay dann töten wir die erst mal wir nehmen halt keine schaden an den gegnern wir nehmen schaden an unserer dummheit so was ist das hier hinabsteigen 21 herze minus okay wir gehen einfach mal rein ich muss also nur ein teil meiner lebenskraft opfern okay um nach unten zu kommen glaube ich wer oder was ist das was ist das hier jetzt die tiefsten abgründe der unterwelt das nichts aus zum anbeginn der zeiten alles leben und bewusstsein entsprungen das reich der chaos ein fast unsichtbares land selbst für die bewohner im reich des todes okay lass mal nehmen das ist niemand den ich erkenne also im namen von hades hallo darf ich fragen wer da ist die olympia sind alle milde geworden meinst du nicht auch sind wir uns schon mal begegnet begegnet sind wir uns in gewisser weise ich kenne jeden hier und dort du möchtest diesen ort verlassen dann wünsche ich deine reise ein wenig interessanter zu gestalten und falls du eines tages in olympien begegnest richte ihnen meine grüße aus okay freunde bei den nächsten fünf kammern ist die vorschau auf kammer belohnungen verborgen danach fügt ein angriff 36 prozent mehr schaden zu bei den nächsten drei schaden müssen bei jedem angriff minus 14 danach besteht die gaben eine um elf prozent höhere chance selten oder besser zu sein bei den nächsten drei normalen schaden münzen musst du dich 47 prozent mehr gegnern stellen danach fügst du 74 prozent mehr schaden zu wenn du die gegner hinterrücks triffst ich nehme das hier bruder okay wir sind im chaos level oder sowas keine ahnung ich nehme kristalle ich muss erst wieder warm werden die halten ja wirklich viel mehr aus ich muss erst wieder reinkommen ach du scheiße digger okay hier gibt es nichts gehen wir den weg ich glaube wir hätten werden lieb ich glaube das mit dem chaos dungeon ist cool aber die hätten uns lieber hätte sie wohl gerne hätten uns dann lieber vielleicht erst da später hinein begehen sollen denke ich mal da schießen die ganze zeit irgend so ein freak da unten bisschen mehr zielwasser trinken mein freund ein bisschen mehr zielwasser trinken ich erwarte nicht viel von euch gegnern aber ein bisschen mehr zielwasser würde euch vielleicht nicht haben ne oh ne alter ausgedrückt hätte sie wohl gern fünf hä wo haben wir denn gerade den schaden genommen bin ich blöd definitiv ja bam oh oh schon wieder der da unten komm doch mal in den kampf warum versteckst du dich da unten diggy ja komm okay eins dass uns das leben leichter machen wird das okay ähm jo gehen wir einfach mal hier rein gucken wir mal okay es hört sich friedlich an ah hermes auf jeden fall kaufen wir uns leben was ist das hier nochmal ja egal die onyros hey was mit dieser karon das irgendwie ich weiß nicht doch ich bin froh dass er vernutzen war achso das war dieser gift äh typ genau 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 oh schadenresistenz ist gut glaube ich hey schön dich hier draußen begehen kumpel und siehst aus als würde ein guter verkäufer anbieten mhm mhm es ist ein einziger kontext in der haut mhm 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 ja hallo Yo Ach so Wir ziehen einfach Wir ziehen, wir ziehen, wir ziehen 100er Crit Boom Nice Zerschmettern Aris, mein Bruder, was geht, man 150% Extraschaden Da seh ich uns, Bruder Ähm Kristalle Heute sieht beim Bad, äh Entspannt aus, gell? Naja, eigentlich nicht Ah, der ist noch gesperrt Weil wir erst Die Gegner zerstören müssen Jo Aber von den 150% Extraschaden Spüre ich jetzt noch nix, ne? Wahrscheinlich schon später Nein, ah Ich hab zwar gesehen, dass er gerade seine Fähigkeit gemacht hat Aber ich bin zu spät rausgesprungen Viel zu spät Wo ist denn der? Viel zu spät rausgesprungen Wir brauchen unbedingt Ziel Wir brauchen unbedingt Ziel Das ist geil eigentlich, aber Was ist das? Entdeckt Was? Kennt? Keine Ahnung Irgendwas mit Kennt? Wartet mal Blutrausch Keine Ahnung Ja, ich weiß Wir hätten unsere Fähigkeit leveln können Aber wir brauchen unbedingt Herzen, Mann Raus, raus Raus 16 Okay Damage ist da Damage ist da Damage war da Funktioniert also doch Wenn wir einen getötet haben Mit mehr Schaden Nice Der ist gar nicht rausgekommen Der wusste gar nicht Was mit ihm geschieht Nice 100 HP Wir haben uns auf 41 Herzen hochgespielt Er wusste gerade gar nicht Was abgeht, Bruder Er stand an der Ecke hier fest Und dachte sich so Ne Der ist mir zu stark Ja Ich bin dir zu stark, Bruder Ich hab 150% mehr Schaden Wenn ich einen von euch Zerstöre Ja Diesmal nicht, Bruder Diesmal nicht Ich wirf dir einfach alles auf den Kopf Digi Ah Ich wollte schon sagen, Alter Wenn der mich jetzt gehittet hätte Dann Keine Ahnung, Bruder Dann wär ich sprachlos gewesen Hinterrückschaden 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 ist OP Hier, mein Freund Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Rauspringen, Junge Yo Was ist denn? Bevor du deinen Arm hochhebst Bist du schon tot, mein Freund Nice Wir haben 54 Wie viele Schlüssel haben wir? Das wird jetzt Haben wir keine Schlüssel? Wir haben doch zwei aufgehoben Vorne Ähm Wir haben doch vorhin zwei aufgehoben Oder bin ich bescheuert? Mh 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 Wir müssen nochmal gegen Meg Wir haben die doch schon einmal besiegt Das heißt, jedes Mal Wenn wir eine Runde verlieren Müssen wir nochmal Ach, Dicker Müssen wir nochmal gegen Meg antreten Ach, Dicker Ja, komm Ah, ich springe in die Kugel ein Wow, 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 wow Okay, okay, okay Wir spielen ein bisschen Wir spielen ein bisschen zu sehr Äh, aufgewühlt Das ist unsere erste Runde Oh, nein Was, 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 was Damit unser Blutrausch ein bisschen höher geht Raus Raus Ah Raus Jetzt kommt diese Scheiße Können wir stehen bleiben Der muss sterben Rambock Kurz raus Okay, nice First try First try Erste Runde First try Okay, nice Das heißt, jedes Mal Also zum Festhalten, Freunde Jedes Mal, wenn wir sterben Müssen wir komplett zurück Müssen auch nochmal gegen Meg antreten Und kommen dann weiter Gut zu wissen Das wird notiert Let's go Wir wissen Bescheid Ja, das Problem ist, Freunde Dass wir ins nächste Dungeon kommen Und haben gerade mal elf Herze Ey, jetzt 23 Was ist das? Ja, sie hat wieder versagt Ja, sie hat wieder versagt, Mann, Vater Sie ist halt Nicht so krass, wie du dachtest, ne Nochmal weniger Schaden Das ist nice Los werden Aber das haben wir doch schon Oder sind die Fähigkeiten Ah, die Fähigkeiten sind auch wieder raus Warte mal Ich hole uns noch ein bisschen Leben Okay, ich hole uns auch kein Leben Da geht nur das Ah, das hält sieben Kammern Verstehe, verstehe, verstehe Ja, dann würde ich auch nochmal Blutrausch nehmen, oder? Verstehe, verstehe Jetzt, okay Wir könnten nochmal in die Hölle gehen Sollen wir nochmal in die Hölle gehen? Oder sollen wir Hermes nehmen? Ich glaube Ich glaube Wir gehen einfach nochmal in die Hölle Also ins Chaos Dungeon Ich hab plus 22 bekommen Ausgedrecks, Bruder, ne Bei den nächsten Hast du Bewegungsgeschwindigkeit Danach sind alle Und in das Mehrwert Gucken wir mal, dass wir vielleicht Bisschen mehr Schaden bekommen Ich würde nochmal den hier nehmen Für Crit Der Bruder und der Crit Schaden Das war eigentlich schon nice Was war denn das? Okay Kommt hier noch so einer? Ey, ist eigentlich easy Einfach auf den Boden achten Kurz stehen bleiben Rausspringen Oh Jetzt Rausspringen Und töten An der Wand hängen geblieben Nicht schlimm Okay, war gut War gut War gut War gut War gut War gut Oh Ich sehe mir diese Botschaft Ein vernichtender Schlag Der mit 200% mehr Schaden macht Da sehe ich uns Ähm Okay Gehen wir mal Da ist das mit dem Toten Oh ja Da sehe ich uns Da würde ich uns sehen Moment Ah, ich kann jetzt schon direkt aussuchen Ich könnte Was war denn das Rote nochmal? Ich glaube ich gehe auf Damage Ich gehe auf mehr Damage Also auf mehr kritischen Schaden Ja Jetzt ist er wieder sauer Aris Ja, Aris Bruder Manchmal muss man halt Muss man sich halt mal Umentscheiden Bruder Man kann ja nicht Oha 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 Was ist denn hier? Was ist das? Hä? Wo kriege ich denn Schaden? Ach du Scheiße Bruder Was ist das? Ah, dieser Bombenwerfer Zwei Stück davon Wartet mal Ich muss ganz kurz Die Kleinen hier wegmachen Die gehen mir gerade so auf die Nuss Wieder in Flammen Ich stehe wieder im Feuer drin Ich bin einfach ein Feuermann Wenn er wütend wird Brächt er aus Kaka Taua Wow, wow, wow Jungs Wir hatten gerade 64 HP Der ist richtig sauer auf uns Der ist richtig sauer Der Aris Aris ist richtig sauer Oh mein Gott Nein Müsse Oh, okay Ich wiederbelebe Schau mal Nice Okay Oh mein Gott Aris war richtig sauer Oh mein Gott Holy Shit War das jetzt Weil ich das mit 74% Mehr Monster genommen hab Wahrscheinlich, ne? Dass ich jetzt halt so viele Gegner Auf einmal habe 74% Oder 47% waren das? Ja, auf jeden Fall Ist das zu viel Ich hab keine Ahnung Wo ich hinspringen soll Wenn ich jetzt hier stehen bleib Dürfte mich Ah, okay Jo, Mann Auf einmal Ding, Alter Da kommt Tausends Bomben Oder so rausgeslidet Holy Shit, Digi Du hängst mit Aris ab, oder? Sag bemerkenswert, Bursche Das muss ich ihm lassen Und jetzt gebe ich dir das hier Gib her, Mann Wir nehmen das mit Giftschaden mal mit Was haben wir denn hier jetzt alles? Wir haben ja schon Ein paar Bonus hier gesammelt, ne? Guck mal, wie er da schon geiert Wie er da schon geiert hat Okay, wenn der markiert ist Machen wir mehr Schaden Das ist nice Oh Okay Wichtig Was nicht so geil ist Ist da Dass manchmal das Feuer aus dem Boden Oha, wohin? Einfach Frosch geworden Einfach Frosch geworden, Alter Was gibt's da hinten? Oder hier oben Edelsteine Ein Geschenk Was haben wir hier? Ein Schlüssel Können wir das öffnen? Für 50 Szenen Können wir das öffnen? Betrachte das als Oh 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 Nein, 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 nein Belohnung holen. Hier oder was? Ah, okay. Ich habe 50 bezahlt, um 25 zu bekommen. Wir haben mehr Leben verloren und haben... Ach, wir wurden einfach verarscht in dem Spiel. Ich glaube, ich mache diese Dinge hier. Ah, nee, ich lasse sie mal. Manchmal hängt der Ton im Spiel, kann es sein? Oh, Frosch oder was wieder? Boom! Das sollte nützlich sein. Ähm, Flasche hinten. Ja. Oh, Level up, Level up, Level up! Level up, Level up, Level up, Level up, Level up! So, okay. Level 3er Viereck, Alter. Jetzt wird hier Damage gemacht. Jetzt geht der Schaden erst richtig los, meine Damen und Herren. So, was ist da jetzt? Was ist das? Was ist denn das, Alter? Einfach eine Schlange? Oh, okay. Äh, okay. Okay, wenn du auf deinen Kopf nach unten hattest, macht der so komische... Macht der so einen komischen AOE... Äh? So einen komischen AOE-Schaden. Oh. Okay. Äh, was ist denn das jetzt? Äh? Ein Schutzschild und dann ruft er so andere Geier. Oh, 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 okay. Oh, der schmeißt Eier auf den Boden. Oh. Nein, ich brenne. Okay, einen haben wir, einen haben wir, einen haben wir. Wo ist der andere? Der hat immer noch ein Schutzschild auf dem Kopf. Okay, hier ist noch einer. Okay, 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 wir haben ja 16. Er hat immer noch ein Schutzschild, aber... Wo, warum? Ah, okay, nicht mehr. Oh. Raus. Nein! Hä? WTF, Diggi! Was ist denn das jetzt, dicker Alter? Ich hab doch Ding. Ach, Freunde. Ich hab ne Vision, die ich euch mitteilen mag. Ich bin Jersey 6x8 mit dem dicken Bart ab und an. Schau ich böse in die Kamera, aber keine Angst. Ich bin kein Taliban und mit Jay an meiner Seite, Mann. Suchen du um jetzt ganz schnell das Weiteland. Ich performe mit Let's Face zur Unterhaltung. Verdiene ich mit YouTube mein Leben zur Unterhaltung. Yo, hast du Bock mit mir zu labern im Discord? Komm in die Gruppe, hoffentlich verstehst du meinen Humor. Ich bin, wie ich bin Jersey Cat. Der zwitscht im Rücken. YouTube will mit mir helfen und füllt die leeren Lücken. Gefällt dir das? Kommentier und lass ein Abo da. Ich bin nicht weg, ich bleibe für euch da. Ab zweimal die Woche hoch, aber am welchen Wochentag. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen.